Wann kommt man damage rein auf die Leute? Dazu muss man was ziehen. Wie gesagt, mich würde ja interessieren, wie man diesen Todesgriff Diva von dem Griff bekommt. Da muss ja auch irgendwas geben, dass du den runternehmen kannst. Auf jeden Fall müssen wir viel mehr Spread stehen. Snickers hat den jetzt, Agbi hat den jetzt, Scheinlord hat den jetzt. Hör mal, ihr habt taunten soll hier. Na, jedem taunt hit. Na, jedem tank hit. Da kriegst du 200% mehr physical damage. Äh... Taunch einfach. Wie hast du das mitbekommen mit der Kette? Ich muss ja wegrennt von dem, oder? Ah, okay, weißt du nicht. Du musst den in den roten, gemarkten Spieler reinziehen. Also du... Man kann, man kann... Wenn man's nicht bis in die... Das ist, glaub ich, die... Das ist das Magic-Ding. Das ist Magic, oder? Das soll ich sorgen, oder was? Doch, 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 doch. Aua... Ja, ich hab's, ich bin... Nicht reinlaufen da! Ich hab das Bild, ich hab das Bild, alles gut. Konzentriert euch! Erst warten, das ist... Ja, ich hab halt auch noch welche davon. Welch, was für'n D-Bar fasst du denn gerade? Was bewirkt der auf dir? Äh... Pack'n bisschen Schatten-Schaden. Also das ist der Magic-Di-Bar. Also das ist der Magic-Damage-Taken hab' ich höher. Die Feuer wurde zu rot. Okay, ich nehm' jetzt das Feuer-Ding hier. Ich krieg' da durch den Feuer-Di-Bar. So, vier Stacks, ich krieg' jetzt alle fünf Sekunden 11k-Limage oder so. Ja, wir müssen ja auch einfach aufblicken, dass jeder irgendwie ein Deck davon nimmt. Äh, Sport-Darri. Ja. Das ist, glaub ich, einfach nicht das eine alles sorgt. Du, aber komm mal, krieg' ich davon kaum Schaden. Chades, Chades, Chade, Chades, Chades. Na wie sagt er, Jakob? Na ja, dann... In der Keeper'n sind es beim Tangle ein wenig zurück. Mist, Mist, komm jetzt gucken was die Flächen gesaugt sind, hinten in der Fläche. Magic, kommt, glaub ich. Saug'n hinten oder so, ne? Magic muss jetzt nehmen, genau. Okay, in der Turtle steht jemand drin, gerade sehe ich. Ja. Fläch ist weg, ja. War das nicht das mit Armor? Äh, weiß ich nicht. da kommt wieder eine neue fläche kann man das das muss halt ein spieler spielen ich sterbe hier ihr wisst die socken alle wie du kannst du nicht stehen du stehst zwischen dem boss um rot ich habe noch zehn sekunden diesen buff chains ja haben wir noch einen rest für tank habe ich die oberkonten oder warum ich muss hier was socken irgendwo aber ich nicht so gut das ist auch immer vorher durch sein du kannst auch einfach die flächen durch mehreren leuten einfach vorher sorgen oder wenn mehrere sich reinstecken geht die flächen schneller weg das ist nicht gut er kann mehrere auch lieber vor der hau ja aber die akku verlierst weil ich wieder die akku krieg verursacht das schaden um 500 prozent erhöht jetzt müssen wir die animapause muss oh mein gott muss jeden fall in jedem weit die animapause reping nein ja doch die sind doch jetzt weg